Das ist nice. Mehr als nice eigentlich. So, springe ich jetzt hier nochmal drauf. Zack. Ist hier irgendwas. Was ist das denn? Firecrackers? Ey, das ist so geil. Huh. Guck mal, kann ich das da reinwerfen? Pass mal auf. Tatsache, und jetzt gehe ich da rein. Das sieht cool aus. Schade, dass man das nicht sieht. Saving Survivors. Ja, 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 ja. Immer diese gleichen Tipps hier, wenn ich in den Safe rumgehe. So, gehen wir jetzt mal rein. Nee, mit dir spreche ich nicht. Ich mag die. Wenn du es jetzt noch zu mir sagen würdest, würde ich sagen, ja, gern geschehen. So, Tamara. Katie will need some rex. Langsam wird es Zeit. Mal sehen, ob ich... Boah, acht Minuten noch. Das geht... Verstreicht schnell. I'm glad you found some rex. Gut, Chuck, but it's not time to give it to Katie. Yeah, right. Wir sollen sie also noch nicht geben. Natürlich um sieben... Zwischen sieben und acht Uhr. Und nach acht Uhr ist sie dann, äh, nicht mehr gerade so hübsch. Ich glaube... Alter, geil hier. Hip. Hopp. Ja, XXL-T-Shirt sieht man schon. Das ist ja typisch. Und noch zwei Minuten. Und dann gehen wir ihr zomrex. Dann bin ich mal gespannt. Psch, Ruhe. Ah, hier hat es also alles auf dem Bildschirm. Give Katie zomrex. Machen wir. Hier. Zomrex. Für dich. Alter, was die wohl zockt hier. Bestimmt irgendwie Mario oder so. Hey, Honey. Ich sagte dir, ich würde ein paar zomrex. Sieh, das war nicht so schlecht, Dad. Du bist sicher unsere Vater. Schau, Dad. Ich habe eine neue Power in Mega Man. Sieh, sie spielt Mega Man. So, zomrex. Und hier haben wir eine Übersicht. The next case will... 7 IM. Okay. Wart mal. Save and continue. Und zwar hier oben machen wir. So, Case 1-1. Big News. Große oder wichtige Neuigkeiten. Gucken wir mal. Ah, jetzt. Psch, Psch, Psch. Psch, 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 Psch. Es ist klar, dass die Ausgabe begonnen hat in der Fortune City Arena während der letzte Nachts Terror-Is-Reality Show. Information von einer Nachdenkarte-Sitz-Source zeigt, dass diese Ausgabe nicht ein accident, sondern eher ein Akt von Terrorismus. Diese Schocken-Fotage wurde von einer Ausgabe in der Fortune City Arena, der Sitz der Terror-Is-Reality-Games-Show. Es ist vielleicht ein bisschen zu einem Zuschauer. Was? Green, ein Mitglied der ZDF-Zombie-Rights-Prozess-Gruppe, Cure, war ein Contestant in heute's Pay-Per-View-Game-Show. Begründete die Green als ein Known-Drifter, der noch immer angreifte von seiner Frau, in der Vagas-Outbreak. Das Schreckliche Akt der Terror-Gruppe erscheint ein Verbrecht für die Prozess-Gruppe. Das ist Rebecca Chang, live von der Fortune City Hotel, in der Herz von Fortune City. Was? Das ist totales Blödsinn! Das war nicht ich. Du hast etwas zu tun, was das? Nein, das nicht in deinem Leben. Meine Frau und ich, gar nicht aus dieser Arena, live. Was mögliche Grund, würde ich da etwas tun, wie das? Warum sagen sie, du bist ein Teil von Cure? Ich bin zu einem Gespräch, einmal, nachdem ich meine Frau verloren habe. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich bin set up. Ich glaube, ich weiß, warum. Es ist nicht die erste Mal, die Mitglieder der Cure haben, dass sie falsch verabschieden, dass sie mit einer Ausbrechen verabschieden sind. Wir waren in der Stadt, protestieren, das schreckliche Show, die du warst. Du glaubst mir? Ich weiß nicht, was ich glaubst. Aber du sicher nicht so wie ein Terrorist. Und ich weiß, dass wir nicht mit uns verabschieden. Ist ja ein Ding. Wir werden also beschuldigt. Das ist ja richtig heftig. Verdammt. Wir sind also der Übeltäter anscheinend. Irgendjemand hat sich als uns verkleidet und wollte uns das in die Schuhe schieben. Wer? Weiß ich noch nicht. Find the reporter. Wir sollen jetzt den Reporter finden, den Reporter. Wir müssen unseren Namen jetzt wieder reinwaschen. Und wir haben drei Tage Zeit, bis das Militär kommt. So.